Überweisungen führen Sie im Handumdrehen aus. Übersteigt Ihr gewünschter Überweisungsbetrag Ihr aktuelles Auftragslimit, können Sie es direkt ändern. Klicken Sie dazu auf den Button Limit ändern. Alternativ finden Sie diese Funktion auch unter dem Navigationspunkt Service und Mehrwerte. Sie gelangen in die Übersicht Ihrer Auftragslimite. Diese sind in drei Kategorien untergliedert. Für Überweisungen zur sofortigen Ausführung im Inland, für Überweisungen ins europäische Ausland und für Überweisungen ins außereuropäische Ausland oder in fremder Währung. Geben Sie Ihr neues Überweisungslimit ein. Wählen Sie, ob die Limitänderung dauerhaft oder nur befristet gültig ist. Mit der sicheren Direktfreigabe über BB Bank SecureGo Plus ist das neue Limit sofort aktiv, sodass Sie Ihre Überweisung mit dem gewünschten Betrag ausführen können.